Hallo und willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Ich habe mir gedacht, hey, nachdem ich ein Jahr oder so nicht mehr gemacht habe, könnte ich einfach was Neues aufnehmen. Schon mal, weil mir ein Freund ein ziemlich tolles Spiel empfohlen hat, wie er jetzt im Bildschirm sieht es. Das heißt, a fat lady loves apples. Und das werde ich euch jetzt einfach mal kurz vorstellen. Also wie man sieht, geht es darum, man ist eine Frau und kann Äpfel nehmen und sie essen. Dazu gibt es gruselige Musik im Hintergrund. Und eine andere Frau tritt nach den Äpfeln. Das ist sehr spannend. Jetzt werde ich einfach einen zweiten Apfel essen und schauen, was passiert. Oh, jetzt kommt ein weiterer Apfel. Der wird wieder getreten und ich werde ihn wieder zu einem. Das ist ein sehr schwieriges Spiel, also. Ich habe vor der Aufnahme ziemlich oft üben müssen, um das so hinzukriegen. Dass ich halt auch was bieten kann. Ein sehr tolles Video-Features dabei. Dass sie immer dicker wird, die mehr Äpfel man ist. Darauf muss man achten. Das ist Story-Technik später noch sehr relevant. Und jetzt hat man es schön gesehen. Da zwischen den Äpfeln sieht man auch eine tolle Handbewegung, dass sie mehr Äpfel haben will. Ich kann den Apfel auch wegwerfen. Dann kommt man aber nicht mehr ran. Hm. Okay, jetzt kommt wieder die Frau und stoße ihn wieder ran. Jetzt werde ich einfach ein paar weitere Äpfel essen. Und jetzt wurde mir den Rücken gestochen und alle Äpfel sind rausgefallen. Das war in der Aufnahme nicht zu sehen, aber egal. Und ja, das war absolut alles, was ich das Spiel zeigen kann. Ich hoffe, diese Aufnahme war es wert. Dass die Leute ein Jahr darauf gewartet haben. Und meine Millionen Abonnenten werden sich sicher darüber freuen. Also. Bis dann.